Am 10. Oktober ist Welthundetag. Eine gute Gelegenheit, sich mal die süßesten Racker aus dem Internet anzuschauen. Diese Golden Retriever-Welpen haben nur Unsinn im Kopf. Und weil sie so süß sind, werden sie auf YouTube zum Hit. Genau wie diese Welpen. Der kleine Goldie ist auf dem Weg ins Land der Träume. Und er hier weiß noch nicht so recht, wie das mit dem Aufstehen klappt. Manche Welpen sehen aus wie ein Wollknäuel. Dieser kleine Schlittenhund-Welpe hört sich erst das Pfeifen von Herrchen an und stimmt dann selbst mit ein.